Nein, nein, Tommy, PUBG ist die Accuracy, geht genau dahin, wo dein Crosshair ist, genau da geht der Schuss hin. Nee, das ist nicht 100%. Aber aus der Entfernung, ja. Aus der Entfernung dürfen die eigentlich, da kann mal einer daneben gehen, wenn du so schnell tappst, aber ich denke nicht so viele. Aber die M16 neigt schon dazu, so zu tun, als wäre sie genau, aber ist sie nicht unbedingt, wenn du so schnell tappst. Aber also das war nicht mal Shroud-Geschwindigkeit, ne? Aber aus der Entfernung müsste eigentlich alles reingehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn du die maximale Ungenauigkeit irgendwie einrechnest, kann ich mir nicht vorstellen, dass... ...dass die da nicht kaputt gehen, weil... dass das kein Kill ist. Ja, aber es war ja nicht mal Blut, ne? Wenn es Blut gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, der hat noch einen... Siehst du im Nebel nicht, oder? Aber das war doch aus zwei Metern Entfernung, siehst du das doch, klar. Okay, Blutfonteinern, PUBG, wie das tut. Also der hat, aber vorne war ja ein Hit und der hat auch kein... hab ich auch kein Blut gesehen. Hinter mir ist noch einer. Oh Gott, wie teilen sie sich denn auf? Sie gehen ein Auto suchen oder sowas. Oh, ich mag er, bei Yellow. Ja. Und dann... Und dann landet bei dem hinteren Haus. Oh, Sascha landet ja direkt bei mir und keiner von uns geht hier hin. Ach, aber ich habe eine Tommy-Gun, ich bin jetzt voll engagend. Ach, der Loot-Gott hat ein Mitleid mit mir. Bin ich mit einem Kompensator daneben? Er läuft halt bei dir, oder? Und nach Acker. Auch nichts. Wollt ihr den engagen, oder? Ja, ich denke schon. Ist der Typ nochmal? Ich glaube, jetzt nochmal bei dem hinteren Haus gelandet, das Einzelne. Bei dem Bosh Tower. Ja, ich gehe schon mal hin mit der Tommy-Gun. Hier, Benni hat ja auch eine Knifte. Oben Balkon ist schon auf. Ah, steht ein Moppet. Fuck, der ist ja gefahren. Hat der Luck, alter. Zehn Sekunden, alter, ey. Er hat gedreht. Dann lass uns nach Osten, Muromoda, zur Farm. Ich habe jedenfalls nichts. Also ich habe nur eine Pistole und ein Schrot und kein Equipment. Nichts. Aber ich habe auch einen Rucksack gemacht. Ich habe auch nicht mehr bei meinen. Oben war ich, ne? Ja, wir waren durch. Ich habe keine Rüstung, leider auch nichts. Moki, das ist für jeden unerklärbar, der das sieht. Das kann man nur nicht erklären. Was kann man das? Wenn man wenigstens sagen könnte, schlecht geklippter Fenster haben oder so, ne? Aber wenn man halt die Schüsse in der Mauer einschlagen sieht. Ja, und der Witz ist, was ja nicht drauf auf dem Clip ist. Sein Mate kommt rum und gibt mir instan zwei Schots Headshots mit einer AK. Ja. Das sieht man halt nicht. Was aber auch irrelevant ist für den Clip an sich. Sind hier irgendwo nicht Leute runtergegangen? Vielleicht von uns. Müssten vielleicht welche sein, aber wir wissen nicht. Hier bei, beim grün lackierten, glaube ich. Ah, Wasserfarm, okay. Ja, Privates, viel Spaß. Die Tommy Gun klingt so lustig, aus Entfernung raus, ey. Wie geil ist das denn, Mann? Ich fahre witzlos, aber ich schieße, wenn ich eh. Bisschen, ja. Ah, ich kann sagen, ich weiß nicht. Vielleicht auch immer noch rum. Was ist mit dem? Verrundet uns jetzt. Der Motorrad braucht schon, wie ich heiße, ne? Aber ich habe keine Hitze mehr draufgekriegt. Na, vielleicht hätte ich lieber auf dem Motorrad eins auf ihn schießen sollen. Keine Ahnung. Jetzt habe ich eine Waffe, Alter. Jetzt, wo? Alles vorbei. Das ist ein Angebot. Was ist das? Das ist ein Angebot? Was ist bei dir im Angebot? Das gab gerade. Äh, das ist geil. Zum Anfang. Ja, so nett. Da bespreche ich mich natürlich nicht. Zum Anfang, nämlich auch zum Ende. Wie, zum Ende ist auch abp-only-play, oder? Ja. Dachte, drei Westen. Also unter zwei abm-teams im Team geht da gar nichts. Ich bin überhaupt nicht verhandelt. So wie Tim. Wenn er keine MPM-20 hat, ist er anregt. Willst du noch A-Times für deine Mini denn haben? Äh, ja. Ja, ist noch eine Acker, wenn du wolltest. Würde ich dir schenken. Sehr großzügig. Wir haben heute noch nicht einmal diniert, ne? Irgendwie haben wir ein bisschen Pech gerade. Ich glaube, wir sind bisher genau der Vierter geworden. Äh, der Vierter war mal, ja. Wird dreimal Vierter geworden, woraus? Ja. LoL. Und ich bin davor, in dem Duo mich auch Vierter geworden. Tja. Nee, gerade eben waren wir nicht mal Top Ten. Ja, stimmt. Das Game eben. Hab' ich ja gar nichts vergessen. Das war ja gar nichts. Das war gar kein Game. Die Spiele verdrängt man halt einfach. Für jemand noch keine Waffe? Ihr liegt sonst noch in der Shitputzende Acker mit drei Max. Äh, das letzte Uni-Liga-Spiel, Tommy, der musste mal bei mir reinschauen, in meinem Stream, auf Video-Manager. Musst einfach mal in den Video-Manager gehen und dann einfach mal vom Dienstag das Spielen gucken. Moven wir dahin. Wir sehen. Muppet Guy ist wieder hier. Der fährt rum. Der fährt rum in der Wasser... Wasser... Wasserfahren, fährt nach Westen. Gut. Ähm... Ja... I don't know. Hier sind zwei Buggys. Keine Ahnung. Das ist doch... Ruins oder was? Oh, der ist nicht offen. Unmöglich, dass es jetzt hier auch gleich offen ist oder es schon passiert ist. Ich glaube, wir haben uns eine Siedlung weiter ist offen, ne? Okay, trotzdem hin. Ist egal. Milter. 105. Ruhig gerade. Schwarz. Hier vorne bei Yellow. Martin? Hast du Schwarz? Ja, ich habe einen Muppet Guy hier bei mir. Äh, ja, wo ist denn der? Ich habe ihn down. Loll. Was ist das denn für ein Lappen? Ich weiß nicht, ob es der war. Aber ich nehme mal an. Ist der von dem Rauchen? Ja, also ich habe ja einen Noct, aber ich weiß nicht, ob es der Typ vor sich. Aber das ist der Typ, wie so? Aber ich weiß nicht, wo seine Mälds sind oder ob der alleine war. Ja, weil er so reinträut vielleicht irgendwo. Ich habe eine Mini, wenn ihr wollt. Auto? Ruhe? Ich habe eine Mini. Pst. Wo sind wir? Bei mir an der Shitputzer hat einer angehalten. Äh, hier. Ich move zurück. Ich move zu Martin. Brauer, Marker an dem Häuschen dran, an dem Kleinen. Einer alleine. Geh mal in das Haus, wo ich den Typen genockt habe. Hinten das Schatz, habe ich in die Tür geschafft, ey. Na, du? Ich habe ihn tot geboxt. Tier, ey. Leute, Schluss auf mich. Von wo? Habe ich dir auch markiert. Von blau. Ja, ja, aber ich sehe nicht. Oh mein Gott. Das ist ja echt. Wenn das sein, oh mein Gott, schon vor den Schüssen kam. Wie hast du denn das gemacht? Ich brauche halt einen Moment, um anzukommen, glaube ich, bitte. Nicht vom Winkel her kann das nicht die Putze gewesen sein. Ne, der Compound ist es. Rechts von dem Compound irgendwo. Aus dem Badezimmerfenster von dem kleinen flachen Ding. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Ja, bin mir sicher. Ich sehe. Nee. Ja, vor kurzem, vielleicht mal. Hat Natchel. Schießt du mit Burst auf den? Nicht drauf geachtet, welcher Modus drin war. Das ist ja schön. Völlig schmerzweig. Hat ein Haus gepuscht. Wo wir vor allem die offenen Türen hatten. Aber jetzt schon. Einer ist verknockt hinter dem. Das war der aus dem Haus. Vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Kann ich jetzt hier rauskommen aus meiner Shitputze? Ja. Sind das Haus links gekrochen? Sind die? Schreckt gerne den. Tompy. Ich nehme mir mal die Sky hier raus. Ah, oder? Ich wechsle noch. Ich will mal ein bisschen AK noch. Weil ich ein bisschen viel Munition geklaut bin. Ja, ein bisschen 556 kann ich noch geholfen. Ja, weil hier kommen wir mal von Schildriload zurück. Und das kommt mir. Youth Ladies, dann verabschauen wir uns. Aber das ist jetzt Timo. Wo müssen wir jetzt hier? Ich habe noch 7,6er überricht. Seid ihr schon? Wer dann? Wenn ich jetzt glaube ich noch 2er Helm, dann ist 1er Helm. Timo hat schon die 2er Helm, aber 2er Rucksack und so. Komm und so, dann hast du es doch, oder? Ne, das gibt es doch nicht, ey. Hier steht ein Buggy. Fahr raus aus der Saison, wenn wir mal mitfahren. Ich komm mit. Ah, mach ich laufe. Rechts von dem Garagenhaus stehen noch 2 Buggy's. Ja. Kann man dich einbinden? Ach, alles gut. Noch macht so kein Damage. Warum geht's denn nicht? Geht ihr um die Red Zone? Nimm bei jeder, jeder ein Buggy oder was? Und fahren, fahren so dahin. Na dann mal los. Wir brauchen noch ein viertes Auto, weil sie zu zweit Buggy fahren, das ist halt scheiße. Wir hatten hier einen blinden Passagier, ich? Ja. Bei drei Buggy's. Hier ist offen, ne? Ich komm jetzt durch. Ah, der Buggy verbraucht nix. Ich ging weg vom Boost, dann geht das. Ja, Boost macht ja auch keinen Sinn, ne? Ja, Tommi, ich muss noch, ähm... Ich muss das noch editieren. Also ich mache das Spiel, ich editiere unser Spiel gegen Bamberg nochmal als Solo-Game, so dass wir das, so dass es wie ein Video-Manager auftaucht. Aber an sich kannst du das speichern und einfach antworten, klar. So, lol. Thanks, game. Wupp, wupp, wupp. Ja, ich auch. Christian, auch mit der Scheiße, warum wärst du nicht gerade aus, Jürgen? Was war denn da gerade los, Mann? Das wird doch fahren, die im Wind. Wo schießen die? Gute Frage. Lange sind weiter nicht hinten? Oh. Loll, Alter, hier unsere Army, ey. 30 Frames, 30 Frames, ich raste aus, ey. 30 fucking Frames. What the fuck, what the fuck. Ich würde westlich über die Häuser circlen? Äh, Nordwesten fährt in die USA. Kommt. Hey, Tommi, easy. Dem man auf, äh, 5,6 übrig, ein bisschen? Ja, ich leg dir, du siehst, wo ich hinlaufe, Chris? Ja. Leg dir was hin. Sag mal, du droppst. Na hier, an dem Baum. Ja. Ich trau, dass Neo freie im Feld, das ist, so viel Zeit muss sein. Sind wir geflogen, von Süd nach, ja, wir sind hier drüber geflogen, ja. Ich hab fünf Förster, jetzt, wenn jemand nichts hat, oder was braucht, sagt Bescheid. Ja, drei. Kein Förster. Läge zwei Randteam. Hier würde ich erstmal warten, bis die Zone da ist. Da liegt doch ein bestimmter Megaloot. Mh, der Megamega-Loot. Ja, Suppressor. Ah, ja. Okay, das ist nicht so. Die Häuser, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind, ist das Fenster offen. Und da ist auch jemand im linken Haus. Können den gleichen Geld, ich würde trotzdem auf die Sohn warten, ich komme zu dir. Im linken Haus im Fenster, ich glaube, ich habe nicht gesehen. Leute, lass uns mal nicht so splitten. Also, was heißt, wir können ein bisschen, wir können aber so, dass jeder irgendwie eine Himmelsrichtung hat. Ja, die Position kommt mir doch bekannt vorher. Ach, Quatsch. Ich könnte... Wo geht denn jetzt hin? Äh, eigentlich... Ich rede nicht von den gelben Häusern. Ich rede von den Einzelnen hier. Ach, die, die Duo-Häuser. Ja, okay, das war nicht klar. Ja, ja, deswegen sage ich ja das Linke. Ja, ich dachte, bei halt Geld bei links halt. So, okay. Hatten wir das auch geklärt? Alle sind voll eins bei alle, Leute. War alle total verwirrt. Im linken sind alle Fenster raus und im rechten nicht. Ich habe jemand gesehen. Im linken Haus. Ihr wollt nicht auf die Häuser pushen, oder? Bevor die Zone da ist. Macht gar keinen Sinn. Hat ein Dreier, ich könnte einen nocken. Könnt einen nocken, soll ich? Ja, jetzt macht es, die zu pushen. Soll ich ihn jetzt nocken, oder nicht? Ja, du machst auch. Jetzt brauche ich nicht mehr nocken. Ja, genau den wollte ich nocken. Ey, wie geht denn der erste Schuss vorbei, Alter? Also, ich würde nicht da hin pushen, also, wir haben sie es auch, ne? Er hat keinen Händler. Er hat eh bis zum Einzelhin. Das war einer mit einem Dreier drin. Knocked. Ich habe keine Hände mehr. Geh. Möchte es keiner, oder? Wahrscheinlich nicht. Zeigt, weil links sind alle Fenster raus, rechts nicht. Ich habe leider keine Granaten. Zwei Stück. Mein Games crashed. Ich bin von rechts angreifen. Kein Mord, ich werde im Haus. Bleibt cool, Benni, ich bin im Nachbarn, ja? Jupp. Oh, ich habe das falsche Game gestartet. Mann. Gut, ich glaube, ich habe gerade nach oben gegangen. Link ist bereits ein Dreierfenster. Wow, okay, das kommt bei mir. Stehe ich wenigstens, oder natschig? Ne, ich bin schnell. Stopp. 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 Oh, nein. Ich habe die Fassung gebracht. Dreier Helm down. Dreier Helm down. Ich werde oben, ich werde oben. Scheiße, geht gerade. Pass auf, Timo. Okay, siehst du. Oben muss noch einer sein, oder so. Der letzte war, den ich gut habe, war genockt. Auch der Treppe ist in der Tod. Ja, ja, den habe ich. Kann ich jetzt hier langlautschen, oder? Ja. Ich habe noch einmal einen Nade. Einer unbekannt. Auto? Warte, komm. Ich bin die Made zu leicht. Er ist um. Ist jetzt rechts. Schön. War ja nicht, er ist ganz rechts, ganz rechts. Könnte mit einem Dunk-Sharp aus dem Fenster raus. Ich glaube, ich habe seine Waffe ganz kurz. Warte, ich habe eine Nade. Rechts ist Zimmer. Ja, ich guck. Schön, wenn ich. Okay, die Jungs sind dann, glaube ich, angehalten. Ja, haben sie. Haben noch welche angehalten, ne? So ein Helm. Hat jemand von denen irgendwie noch ein Helm? In der Dreier-Helmchen sind da drin. Todes, erschossen die Helme, alle. Kommt noch was? Mann. Hier ist ein ganzer Zweier-Helm, Timo, wo ich. Hier, hier unter der Crate. Irgendwo was zum drunter schnallen noch. Ganzer Zweier-Helm, heller mit. Endlich ein Vorteil, das ist meine Mini. Nice. So viel Looter. Geh mal das an der Haus. So viel Sand und keine Förmchen. Wir haben jetzt die gleiche, wir haben jetzt die Position gerade aufgegeben, die wir vorher hatten. Und jetzt müssen wir da wieder hin. Dafür hatten wir Spaß. Ja, müssen wir da wieder hin. Ja, ich würde über Süden circlen. War ich schon markiert. Gehen blau. Dann machen wir das. Können wir noch Booster gebrauchen. Hat nur einen. Wow. Da knallt's aber, Junge. Booster kann ich gleich legen, wenn du das safe sind. Wirst du schießen auf den? Ne, ne? Ich sehe nichts. Ich hab gelbe, yellow hause. Lass mal links, lass mal links, zurück. Links, links, links. Rechts ist richtig scheiße für uns gerade. Kannst was? Lass mal was fallen. Benni. Der gleich. Ich laufe direkt hinter dir. Ich hab grad noch Stack. Moment. Ah, das kannst du nicht im Laufen erst klappen. Dankeschön. So eine Endet vor den gelben Häusern. Ja, wenn wir in die Riches reinkommen, blau markiert, dann haben wir Premium Pose. Mhm. Das ist meine Idee. Wenn jemand eine Beste hat, braun. Ne, ist alles gut. Hier ist der UAZ. Nehm deren Witch. Guck mal, da bitte hier noch Westen, äh, Osten nochmal. Rhythmien. Guck nach Osten. Ich guck erstmal nach hinten nach Norden, oder? Und links von dem gelben. Sehe ich. Zwei Hits. Ich schieße offenbar nicht. Ich hab das Schalli, wenn ich nicht gedacht hab. Ich mach die auch nicht unsichtbar. Nö, aber so ein bisschen. Auch nicht unhörbar. Die Ollen Luchs. Das kannst du nicht. Okay, guys. Das einzige Problem ist der Berg im Osten. Die müssen da raus, ne? Ja, geben. Eben, eben. Macht ruhig, macht ruhig. Sucht euch mal eine Rich. Wir brauchen nur den Berg im Osten. Also für mich wäre es... Einer... Timo, wollen wir noch da gehen? Richtung Blau? Benni. Benni und, äh... Haben wir denn noch Sicht auf die? Ne, aber wir müssen uns den Rücken decken. Weil wenn jemand den hohen Berg hinter uns einnimmt, haben wir die Arschkarte. Okay, drei Hits. Also, ich decken kann man das halt eh nicht. Ich gucke halt auf Gelb, ja? Dann ruft noch einer. Wie cool, sucht euch eine gute Posi, Chris. Willst du einfach nur da rauf? Ja, ich will erstmal rauf. Ja, ich will erstmal... Wir müssen scouten. Sonst haben wir richtig gefickt gleich. Weil ich hab nämlich Atlantis was gehört. Die haben halt richtig Arschkarte, wir müssen richtig. Okay, wir haben die Front. Spiel safe, wir haben die Front. Wir haben die Front, ne? Spiel safe. Der läuft in den Bogen. Ja, das ist gleich bei uns. Kommt hier vorne? Einer ist da und der ist da und der ist da und das konstruiert die Häuser. Bin ein, hab ich gemacht. Ja, hinter uns. Atlantis, Atlantis. Ruins, Ruins, Ruins. Ja, ist kein... Nee, das ist wirklich hier. Das ist Norden und ich Nord-Osten. Ja, ja, Norden, Norden, Straight-Norden. Ja, kannst mich holen? Kannst mich jetzt holen? Boah, ich hoffe nicht, dass du noch bist. Nix. Ja, es hat mir Zweifelschutz gegeben. Timo, der Hügel hier vor mir. Norden, der Hügel. Pass auf da. Hätte mir einer gepusht. Das ist nur einer. Timo, komm hier rüber, damit du in Norden gesichert bist. Ich hole Benny. Könnt ihr mich bitte abdecken? Müsst du eigentlich safe liegen. Da fehlt noch einer von denen. Süd-Ost. War und welcher am Feiten. Ziemlich viele. Oh, ich hab gar keine Westen mehr. Könnte noch einer einen sein, ne? Nee. Ich geh den los mit. Komm, mal bitte auf, wenn der Weste hatte. Ich brauch einen Baum, hinter dem ich erwischt hab. Ähm, nee. Ich hab gar keine mehr, also selbst angeschossen. Naja, kommt klar. Auch Mozart schießt doch immer, oder? Ja, irgendwas hier in Norden. Ich bin mir nicht sicher. Irgendein Scheidung war. Wild-Ost. Da hatte ich vorhin welche gefeiert. Da waren welche. In dem Blau. So bei 160. Ruins ist noch drin. Christian, nicht so weit vor, Chris. Nicht so weit vor. Von mir sind welche? Ja, wo? Also ich hab grad bei 160 was. Ja, genau. Du hättest die. Sauber. Franzi, wo ist der denn? Noch einer weiter rechts. Äh, auf 170. Benni, du bist frei. Du, 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 du könntest von hinten getroffen werden. 170. Benni, sind welche im Rücken, ja? Keine Sicht auf die? Ich seh' sie. Chris, Chris, weiter rechts. 30 Grad, 30 Grad. Hinter den Bergen. Siehst du sie? Hinten. Keiner Headshot. Okay, sehen wir an der Munde? Einem ich rechts erwischt. Zwei Kills. Norden, Timo. Norden, pass auf. Ich muss mir hier einen Helm holen. Ich hab südflank, hab ich zweimal... Ja, perfekt, perfekt. Jetzt müssen wir uns um Norden kümmern. Wollen wir zusammen? Ja. Geh mal hoch, oder was? Position aktuell ist, und ich find's gut. Wir haben alle woanders hin gezielt. Ich weiß nicht, warum die aufeinander gezielt haben. Obwohl die zusammengegangen sind. Hier vorne, Spons, die Hügelkuppe. Direkt auf Nord. Kein Helm, kein Helm. Scheiße. Links davon noch einer. Rechts davon auch noch einer. Auf 15. Der Baum auf 15. Da war einer. Müsste eigentlich... Auf dem Hügel. Zonenrand sein. Leider keine Nade. Da ist noch einer, Martin. Da müssen wir hinten auf den Bergen im Osten. Alles gut. Ja, move jetzt. Genockt. Da haben wir eine Prima-Pose hier, Alter. Martin, 75? Ja. Irgendwie Bäume auf Süden. Ganz am Zonenrand. Du bist ja bei mir hier vorne. Vor mir. Hier, hier, in der Kuhle. Hat auch nicht jetzt. Kommt nix von dir? Ja. Martin, ich nade. Zwei, drei Hits, glaube ich. Ja, ich bin weg. Pfannen nicht gekriegt. Holy fuck, Alter. Von rechts nach hinten, Juno? Ja. Timo, vor dir ist einer. Ich weiß, wie weißt du, ist es denn, ja. Oh, da ist er. Direkt hinter dem Hügel. Schön, ich bin noch. Ich habe dich, ich habe dich. Ja, okay. Mach das, ich hol mir seinen Helm. Von Osten wurde geschossen. Und im Süden war noch was. Ganz am Süden, am Zonenrand war was. Und Osten nicht ganz so weit weg. Muss er jetzt mal heilen? Hat er eine Rüstung? Ja, hat er. Hat er gehabt ein bisschen. Also, da ist noch was dran an der Rüstung. Direkt über euch einer. Ich hole Benni, ich hole Benni. Kriegst du mir? Ich hole mir die Rüstung. Ich habe vielleicht keine Rüstung. Alles cool, alles cool, alles cool. Der hittet so krass mit dem Aimpunch. Das ist ekelhaft. Fünften Sekunden, Leute. Nicht mehr looten. Also, nicht mehr so lange. Naja, quasi nicht mehr looten. Sie endmoven, 105. Wir müssen reinlaufen, Leute. Die Südjungs müssen eigentlich hier direkt... Da sind sie, da sind sie. Ich habe sie gesehen. Die laufen links von uns. Wir haben hier noch eine Kante. Wir haben noch eine Kante. Links an dem großen Stein. Ja. Ich muss mich erst mal heilen. Krieg der Beef? Ja. Eilt euch. Perfekt. Alle gut, alle daunen. Nee, er wurde gemeldet. Nee, er ist auf jeden Fall noch. Gegen zwei Leute. Nimm ich sicher Süden. Also einer muss recht close sein, obwohl es könnte seine eigenen Nails sein, die hochgegangen ist. Im Süden war so eine Ridge, da sind die irgendwie gewesen. Irgendwie bei dem schrägen Stein oder so. Die haben es hohen, oder? Oder es ist auch gefehlt. Habt ihr Osten schon gemacht? Nordosten? Da ist einer hergekommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben die einzige Deckung. Ich würde die mal beten. Du müsstest mal rechts. Ich würde gerne rechts demonstrieren, die kleine Kante. Okay. War das zum Schluss? Ja, ich habe einfach was geguckt, ob da was in den Busch ist oder so. Da waren die doch vorher. Wo sind die hin? Da haben wir noch eine schöne Pose. 30 Sekunden. Da liegt ein toter Impffeld hinterm Stein. Ist doch nichts mehr, Alter. Doch, die müssen da irgendwo sein. Die sind hier direkt vor mir. Irgendwie Osten. Und einer könnte noch links in der Senke sein. Oder so passt man da auf. Hä? Da liegt einer. Beide da. Was ist ein schönes Spiel? Hinlegen im Openfield ist halt immer so, wenn ich jetzt aufstehe oder schieße, bin ich halt tot. Wenn das mehr als zwei sind. Wie viel geht's? Wie viel geht's? Wie viel geht's? Wie viel geht's?